Manche Influencer kommentieren, andere Influencer. Ich sehe mich gezwungen, mich selber zu kommentieren zum Thema Künstliche Intelligenz. Das ist, glaube ich, soweit eins meiner besten Videos mit knapp zweieinhalb tausend Aufrufen. Kurz zusammengefasst, Künstliche Intelligenz analysiert diverse Telegram-Gruppen, analysiert diverse Twitter-Gedöns, Bullshit-Chats, also summa summarum über 20.000 Nachrichten am Tag. Zum Thema Krypto und daraus erschließt sie sich und sagt, okay, das und das kann, da entstehen Gerüchte, da entstehen Hypes, guck dir das mal genau an, mit Quellenangaben. Und so kannst du dann wiederum anfangen zu Entscheidungen zu treffen. Alleine schon auf dem Grund dessen, dass auf einmal Influencer entweder negativ oder positiv über ein Projekt reden, kannst du prinzipiell davon ausgehen, dass entweder Gelder reingehen oder rausgehen aus dem Ökosystem. Punkt. Aus. Darum ging es, das macht die KI. SindBot heißt das Ding, läuft alles auf Telegram, ganzes Video dazu, was es macht, was es tut. Das seht ihr hier, das verlinke ich noch einmal unten drunter. Es ging aber um die ganzen Fragen, die ich jetzt mal hier beantworten möchte. Das ist einiges an den Kommentaren, was hier angefallen ist. Und ich gehe das mal im Einzelnen durch und beantworte die Fragen. Also, wie bekomme ich den Bot, die KI? Die KI bekommst du bei uns im Telegram, in der UCC, United Crypto Community. Das ist eine der größten deutschen Communities auf Telegram mit 3600 Followern, 3600 Nutzern. Da bin ich aktiv und auch noch andere Influencer. Und da gibt es auch Ref-Links zu der KI. Kommt bei SindBot, Zahlungen in Krypto. Vorerst ist es nicht angedacht. Alles mit Kreditkarte. Hat rechtliche Gründe. Hat rechtliche Gründe, warum, was, wieso. Kann ich das vielleicht mal kurz erklären. Wenn man 100 Zahlungen in Krypto bekommt, ist es was anderes, als wenn man 100 Zahlungen von Kreditkarte bekommt. Steuerrechtlich. Geldwäschegesetz. Kann einem auf die Füße fallen. Deswegen arbeitet der Entwickler mit Kreditkarten. Was ich von Swiss Money halte. Swiss Money ist vor allem in Bezug auf die Mika-Verordnungen eine Möglichkeit, Gelder schneller zu bewegen. Wer YouTube Suchanfrage bemühen kann, wird sehr schnell feststellen, dass man da auch problemlos Videos auch zu Unibot findet und Phantom. Ich habe sogar den Link, wie man Phantom benutzt, unter meinem Video verlinkt. Warte mal, ich zeige es dir mal. Das ist sehr ernüchternd, was Sindbad macht. Und vor allem ist es für mich ernüchternd, einzusehen, dass durch die künstliche Intelligenz, die ich selber nutze, mein Content auf einmal besser wird. Sprichwort. Sprichwort ist es nicht, aber Stichwort, ja. Der Froschficker ist halt besser als ich. Naja, wir wollen ja nicht ausfallend werden. Eigentlich schon, wäre mal angebracht. Danke für die Info. Werde ich direkt mal testen. Was anderes habe ich eigentlich nie gebraucht, wenn ich mal drüber nachdenke. Doc Dominalischen. Ja, da hast du auch recht. Also das, was Sindbad macht, ist ja auch genau das, was viele Menschen brauchen. Sie haben keinen Bock, hunderte Telegram-Gruppen zu verfolgen. Sie haben keinen Bock, hunderte Twitter-Accounts zu verfolgen. Sie haben keinen Bock, tausende Nachrichten zu lesen. Und nachdem sie das alles gelesen haben, sich nochmal rückzuentsinnen nach Stunden von Arbeit. Versucht man so, alleine wenn man tausend Nachrichten auf Twitter nimmt, das mal 250 Zeichen nimmt, sind wir bei 250.000 Zeichen. Das ist schon ein kleines Büchlein, was man dann jeden Tag alleine auf Twitter lesen müsste und dann sich nach ein paar Stunden lesen, erinnern müsse, zu was stand dann ganz am Anfang und in welchem Zusammenhang steht das zum Ende. Das macht halt Sindbad alles. Es wird geil, weil momentan wird auch noch YouTube-Analyse gemacht. YouTube-Analyse-Entwicklung wird gerade programmiert. Dementsprechend braucht der Entwickler auch Geld, weil das ist alles nicht vorab finanziert ohne Investoren. Der Entwickler hatte selber einfach keinen Bock gehabt, sich mit so viel Information auseinanderzusetzen und hat angefangen, Künstliche Intelligenz-Schnittstellen zu nutzen, um die Essenz der einzelnen Influencern im Bereich Krypto rauszuziehen, um seine Kaufentscheidungen zu treffen. Läuft auch recht gut, die Trefferquote ist bis jetzt immer noch bei knapp 90%. Das ist sehr gut. Interessant ist es natürlich, wenn er das mal schafft, später auf andere Produkte zu erweitern. Trading Cards. Uhren, Schuhe, nimmt was er wollte. Kunst. Und, naja, weiter. Danke, super Video, bitte. Du hast abgenommen, Hermanos. Ja, ja, Dodi4925. Ich mühe mich ab, im Inuko-Kostüm dieses Jahr ein Triathlon zu machen. Das frisst sehr viel Kalorien am Tag. Aber, einen Kilometer kann ich schon schwimmen, zehn Kilometer laufen, das ist kein Problem mehr. Fahrrad fahren, 20er kriegen wir auch hin. Das wird schon. Mega Video, so langsam versteht man, wie es läuft. Ja. Ähm, schlussendlich geht es alles um Liquidity. Versteht sich aber. Wie die Liquidity zustande kommt, wie die Leute überhaupt motiviert werden, ihre Gelder irgendwo reinzustecken. Das ist halt immer noch die große Marketing-Kunst. Und diese rechtzeitig zu erkennen, das ist das, was Sinbad macht. Wow, Hammer, danke. Boah, ist halt traurig zu sehen, dass eine KI doch besser schafft, alles viele einzelne Influencer zusammen. Ja, mega Video und guter Mann. Cheche, 8395, ja, wenn du meinst, sei dir gegönnt. Das sind viele andere Menschen anderer Meinung. Ich habe momentan bei TikTok eine Kontowarnung, weil die ganzen, wie heißt das, diese ganzen Aids-Leute, diese ganzen Krebsversager meine Videos melden. Denn, naja, ich möchte jetzt nicht sagen, aus welcher Huson-Hopfi-Community sie kommen, aber sei hingestellt, wir wollen ja hier nicht täten, sondern bei Fakten bleiben, dass manche Leute bei den anderen, jetzt werde ich wieder abschweifend und ausfallend, letztendlich nur, ach Gott, das ist doch alle da, gerade, komm. Komm, ich habe schon genug dazu gelabert, das hat doch keinen Sinn, das ist doch kontraproduktiv, irgendwelchen Schwanzlutschen darauf hinzumachen, dass die Schwänze lutschen. Klingt interessant, würde allerdings gerne erst Belege sehen für die Calls, die die KI macht. Ja, gibt es monatliche Berichte, gibt es monatliche Berichte, auch bei uns in der USA. Die große Wale kaufen ja immerhin im Hintergrund, bevor groß rumpasauend wird, wie geil Projekt ja ist. Ja, das stimmt auch wiederum und da geht es auch genau darum, möglichst vor den Wahlen wirst du niemals kaufen. Du wirst niemals vor dem Projektbetreiber und niemals vor dem Influencer kaufen. Aber du schaffst es, vor dem großen grauen Menge zu kaufen. Darum geht es. Da kann man auch ganz schnell mal also Dumpemoney dienen, wenn man da zu langsam war. Ja, das stimmt. Das bedarf also schon ein bisschen Köpfchen, wenn Sinbad einen Call gibt und man einfach so eine dicke, fette Kerze sieht, wo irgendwie, keine Ahnung, schon einiges an Liquidität, keine Ahnung, kommt auf das Projekt drauf an, 200, 300, 400.000 Euro Liquidität reingegangen sind. Da noch was nachschmeißen muss, das Projekt schon riesengroß sein. Das Gute dabei ist, dass Sinbad mittlerweile durch die Twitter-Analyse aber auch sehr große Projekte aus dem Top-1000 und Top-2000-Ranking findet. Das heißt, da sind Liquiditäten 50 Millionen aufwärts und ja, das ist besser. Das ist besser, vor allem kann man da mit größeren Beträgen reingeben. Es wäre interessant mal zu gucken, wie lange solche Projekte pumpen, bevor es gedumpt wird nach dieser Marketing-Aktion. Ja, wir haben teilweise durch Sinbad reine Pump- und Dumps entdeckt, recht frühzeitig, Meme-Coins, Shit-Coins. Dann wiederum aber auch Presets zu bestimmten Projekten. Wir haben zum Beispiel auch eine Alternative zu Render entdeckt. GHX heißt das Ding. Ja, Gema-Coins hat Sinbad entdeckt, hätte ich nie gedacht. Das war irgendwie Top-1000, aber hat das Ding entdeckt. Sinbad ist Gold wert, bin sehr gespannt, was noch alles kommt. Ja, ich auch. Vor allem wird Sinbad in Zukunft ein bisschen mehr Geld kosten. Nicht für diejenigen, die bereits Kunde sind. Das kann ich jetzt schon sagen. Diejenigen, die jetzt Sinbad nutzen, werden es weiterhin für ein Zwanziger nutzen. Sinbad wird aber mit der Zeit immer mehr und immer mehr Funktionen reinfügen. Diese Funktionen brauchen mehr Wartung, brauchen mehr Technik, brauchen mehr Programmieraufwand, liefern aber bessere Ergebnisse. Also konzentriertere Informationen, weil der macht ja keine Calls, keine richtigen Signale. Der sagt ja nur, Social Mining macht. Also für all diejenigen, die jetzt in Sinbad drin sind für ein Zwanziger, ihr werdet für ein Zwanziger auch drin bleiben können. Alle anderen, die dann in einem Monat, in zwei Monaten noch dazukommen, die werden dann halt immer ein bisschen mehr bezahlen. Hallo Roman, dein Name habe ich weiter untergelesen. Hoffe, das stimmt. Auf jeden Fall vielen Dank für das sehr informatiertes Video. Bin blutiger Anfänger. Das Thema interessiert mich aber sehr und finde es spannend. Wenn du blutiger Anfänger bist, empfehle ich dir am Anfang, sich in der Summe mit Krypto zu beschäftigen. Und Airdrops. Airdrops, Airdrops, Airdrops. Auch bei uns in der Community, UCC, da findet ihr eine Liste mit über 30 Airdrops gerade die laufen. Was sind Airdrops? Kurz zusammengefasst. Projekte verschenken Coins. Man muss dafür irgendwas machen, irgendwas liken, irgendwie einloggen. Irgendwas muss man dafür machen. Aber man bekommt schlussendlich Coins. Diese Coins können irgendwann mal richtig viel wert werden. Zum Beispiel Binance hatte am Anfang seiner Karriere den Binance Coin, der heute 400 Dollar kostet, Stand heute 29. Zweiter kostet. Hat damals verschenkt in Rauenmengen. Deswegen, nicht direkt das eigene Geld in die Hand nehmen und losschießen, sondern den kühlen Kopf bewahren. Alles Frührentner habe ich leider nicht die fette Kohle übrig. Denke aber, kleine Vieh kann ja auch Mist machen. Ja, Ola, ich empfehle dir nach Stuttgart zu ziehen und vielleicht wirst du von Glück begehrt und ein glatzköpfiger Mann drückt dir ein paar Pfuffis in die Hand. Und wenn du der Meinung bist, deine Geschichte zu erzählen, dann wird er dir einfach sagen, ja, danke, tschüss. Und sich einfach verpissen. Weil seine Fünfziger, die in die Hand zu drücken, die mehr Fünfziger in die Tasche gebracht haben. Um reinzukommen, hat mir ein Kollege von der Renn-TG-Gruppe gerade geschrieben. Soll mal YouTube-Videos anfangen. Das werde ich jetzt mal machen. Beste Grüße, Olli. Ja, Olli. Dann fang an mit YouTube-Videos. Gibt es genug schlaue Influencer? Nee. Jeder ist der Schlaueste und jeder weiß, wie es läuft. Emre. Ehrlich gesagt mache ich das schon seit letzten Bullruns. Auf welche Kanäle und welche Influencer werden welche Projekte geputscht? Da die Masse tatsächlich ihren Gurus blind folgt, kann man diesen Kaufdruck, diese Nachfrage gut in seine Entscheidung mit einfließen lassen. Es geht nur um Kaufdruck. Sogar bei Bitcoin. Da können mir diese ganzen Bitcoin-Maximalisten sagen, was die wollen. Die sind da drauf angewiesen, dass große Gelder wie Blackrock mit seinem ETF dazu genutzt werden, um den Kurs zu pumpen. Das ist nichts mehr mit Demokratisierung, Weltverbesserung, ihr frisst die Ohren, Spiel. Laber, palaber. Bullshit, Alter. Es geht nur um Cash. Bester Mannin. Stark. Wer hat die entwickelt? Ein Entwickler. Ein Kollege von mir, den ich kenne, hat das entwickelt. Diese Konten gefällt mir besser als deine sozialen Ausraster. Ja, das habe ich auch mittlerweile begriffen, dass es den Menschen nicht darum geht, an sich mit sich zu arbeiten, sondern die Menschen, sage ich mal, in ihren Lüftschlösschen. Leben wollen. Die wollen in ihren Luftschlösschen, in ihren Luftblasen Welt leben. Und ein Bärtiger, der mit den geistigen Kanonen da drauf schießt, ist nicht unbedingt was Feines. Funktioniert nicht. Je älter wir werden, desto mehr überzeugt sind wir von dem, was wir denken, aufgrund dessen, dass durch unser Alter unser Denken empirisch alles richtig sich erwiesen hat und wir weiterhin noch leben. Doch die Trugs besteht darin zu hinterfragen, ob ein Leben nicht ein anderes wäre, wenn man anders handelt. versucht, den Zeitgeist zu erwischen. Sei ein Lutscher, meine Güte. Bist du Entertainer? Bist witzig. Nee, Entertainer bin ich nicht. Ich bin einfach nur frustriert von diesem ganzen Bullshit, den ich mir hier antue. Wie kommt man an die Simbad-Gruppe? Habe ich gerade beantwortet. Kotti. Ja, Kotti hat Simbad auch vor dem Pump nochmal erwähnt. Wahrscheinlich bist du schon sehr reich und hast bestimmt auch eine Community bei X. Würde mich freuen, wenn du sie mir mitteilst. Auch bei X habe ich 2000 Follower. Damit ich mir ein Bild über deine Community machen kann. Ich bin immer noch pessimistisch. Die Community ist UCC. Link in der Videobeschreibung. Das ist mal wieder der Bullrun vorbei, als kleiner deutscher YouTuber auf den Plan treten. Engine Starter 664. Fick dich einfach. Also verstehst du, das ist auch so das Grundprinzip. Auf sozialen Medien Leute kommen, die sehen dich, stecken dich in eine Schublade und fertig ab. Nö. Das sehe ich ununterbrochen mal in den letzten Jahren meine TikToks gemacht habe. Leute versucht habe, über das Thema XRP und Triple aufzuklären. Man beachtet, dass bei XRP und Triple sich nichts getan hat. Ich auch einiges an Bonk Content gemacht habe. Und Bonk bis jetzt halt echt eins der besten Meme Coins ist. Mit mehreren tausend X. Es ist halt einfach nur schade zuzusehen. Und das ist ja auch genau das Problem. Das ist ja auch genau die Pointe für dieses Video. Es ist erschöpfend, es ist ein Kampf gegen die Windmühlen, die vermeintliche geistige Überlegenheit der Schwachmaten zu bekämpfen. Fick dich. Keine Bock auf so Leute. Mal endlich wieder ein wirklich sehr gutes Video von dir. Davon bitte mehr. Und weniger von diesen crazy Dingern. Was soll ich schon machen? Verstehst du? Also was bin ich denn? Sven Dilbens. Sven, спасибо тебе schon. Sven, danke vom ganzen Herzen. Chief Beef, 1559. Und alle anderen, die bis hierhin geschafft haben. Ich danke euch. Mache ich das für mich? Ich habe bis jetzt immer versucht, vorwiegend die Videos, die ich mache, für mich zu machen. Es war immer mein Anspruch, es war immer mein Anspruch, die Videos so zu gestalten, dass ich sie selber schauen kann. Und ich weiß nicht, wer bis hierhin überhaupt geschafft hat, sich hier diesen Schnonsens anzugucken. Diesen reinen, was war das überhaupt in den letzten 20 Minuten? Wissenstransfer, Austausch, keine Ahnung. Das mache ich jeden Abend bei meinem TikTok live, Kommentare vorlesen und irgendwas sagen. Wollt ihr noch mehr so Kommentarvideos? Wie sehr soll ich euren emotionalen Schwanz lutschen? Ich will das nicht. Es seien die Kommentare werden besser. Es seien die Kommentare werden besser. Also ich gebe der ganzen Sache noch mal in Hoffnung. Wenn ihr weitere Fragen zu Krypto, zu Synthpad oder Labe-Palabe habt, könnt ihr die gerne unter dieses Video wiederum schreiben. Und ich werde dann beim nächsten Video auch noch mal da drauf eingehen. Vielleicht machen wir irgendwie eine Reihe da draus. Ich finde es zwar super langweilig, mein Frust ist immer noch in mir drin. Ich kann, ich kann und konnte mich nicht richtig auskotzen, zwischendurch irgendein bisschen Hopfi und Hossi-Kontakt-Gefronten. Ist das schon so ein Pisser, Alter? Hey, wer lebt meine Diktatur? Es wird alles zensiert. Mimimi. Oh Gott, halt's mal. Na ja, komm. Schon noch etwas sagen? Nö. Ist es was es? Nicht ich bin schlecht, sondern eure verfickten Kommentare sind schlecht. Gebt euch immer mal ein bisschen Mühe, ein bisschen kreativer zu sein. Da weit. Пока. Tschüss. Bleibt alle gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.